So Leute, weiter geht's mit Geschrei. Mal sehen, wo wir heute sind. Auch immer noch Point to Hock. 9. Juni 1944, 6.10 Uhr diesmal, 16 Grad. So. Kommt, auch hin, ich will loslegen. So, lesen könnt ihr ja selbst. Wir rücken in eine andere Richtung vor. Oh, wierd. Oh, wierd nous. Oh, wierd. Da fällst du zurück, denn jeder hier Scheiße, echt cool, sind wir hier alles noch? Oh, sind wir Granaden? Ja, die Granaden, ja, ist leider Viel Spaß damit Hehe, hier sind die Granaden nicht Cool, sind wir mehr Granaden? Ja, war ja damit Hahaha, die hat 4-3 gelangt Hälte, brauch 2-3 Ne, da hab ich noch Schiffschmeichung, die brauchen noch So Hälte Hälte aber trotzdem noch mal Auf dem Morgen noch Granaden Noch ein Schäden mehr Wollen schießen denn hier? Ah, Granaden Oh, wo ein Schießen denn hier? Was? Wobei die in die westliche Westen ist Die Davidskunft Und Scheiße, wie hier ist Etwa Hälte zum Portell halt Kein Problem Schauen wir mal Granaden vor, oder die Ende Hälte Hey Da kommen wir die Hüte Oh, Granaden Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier Weg hier, weg hier Wollt man auch noch Granaden? Hier Kann ich natürlich auch mit den Granaden hier anstechen Hälte mal eine Granaden? Hier Kann ich natürlich auch mit den Granaden hier ansprechen Ich brauche auch noch eine Granaden Was Panzer auch noch, ne habt ihr wohl nicht alle, oder? Von Osten. Oh Gott. Auf der anderen Seite der Straße, sie kommt immer rüber! Bei uns ein M gibt es wohl Boxen. Ach, da unten ist es, genau. Vor allem, wo ich mal das M hoch schiebt, auch nicht. Ne? Dann brauchen wir das M gibt es bei den Boxen. Und klären die Angelegenheiten. Schock, schock, schock. So. So, ich soll ihn bitte weiter halten. Ja, ja. Die Beratung, ja, ok. Wo hin? Nein. Da kommt neuer Mist. Ich hab ja gesagt, das ist ungegrenzte Munition. So, ich hab ja gesagt, das ist ungegrenzte Munition. Postalign. Bin ich doch schon, die Träme? Mann, das ist die Idee. Was bist du, du wirst scheiße evitiert, aufzulange braucht, um sich Anweisungen zu geben? Das ist doch, du freundlich. Hey. Oh, ich hab schon gesagt, ja, ist das ein Problem. Oh, das ist wirklich, ja, ja. Jo, jetzt wird's noch mal weg. So, jetzt wird's noch weg. Oh, jetzt wird's noch weg hier. Wo muss ich ein weiterer Jabhatren? Oh, er schiebt die auch nicht. Ich bin gespeichert. Ich bin gespeichert hier. Ich kann auch nicht landen dürfen. Wo sind die erschießen? Die Scheiße, da ist die Panzer. Ich hab doch eine Macke. Bleibt doch nicht hier. Komm weg hier. Wir sind ja erschießen hier. Ich bin da hinten gleich mit. Oh, Scheiße, Granate. Granate, Granate. So, wir gehen nochmal ran. Ne, das soll ich nicht. Davon verschiebt sich nur ein Arschweiß. So, was ist hier jetzt? Oh, Scheiße, ich hab keine Abschaffung getragen. Oh, das ist gerade. Ich bin lieber. Geht aber weg hier. Oh, keine Fallen. Granaten. Oh, hier war doch gerade eh nur der Fall. Fallen oder Fallen? Fallen. Oh, keine Fallen. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hinfüllen. Ach, dann überfällig. Oh, Leute, was ist das denn? Oh, Mann. Ich weiß nicht, wo ich hinfüllen. Ich weiß nicht, wo ich hinfüllen. Ich weiß nicht, wo ich hinfüllen. Oh, ich weiß nicht. ... ... ... ... ... ... ... Da ist kein Hand, wenn er die Welt ist, ist die Orsch. So, die Fäße. Von rechts, von links, rechts. So, auch von links. So, auch von links. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Was war das denn gerade? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Was war das denn gerade? Oh, scheiße. Ich steh, ich steh. Ich sehe hier nicht mehr, wer hier wer ist. Oh, scheiße. Okay. Das ist so die Luftbohre. Oh, von allen Seiten hier haben sie umzingelt, die Hunde. Die Schweine haben mich umzingelt hier. Och, was ist denn hier los? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin soll. Da kommt hier immer mit. Ja, ich soll hier vor. Na, haben die ne Macke oder was? Mann. Ja, erschützt den Scheißdeutschen. Jetzt haben wir mal hier vor. Das kann aber nicht wahr sein. Mann. Ja, mir egal. Ich spiel doch allein mit euch. Ich spiel doch allein mit euch rum. Ich ranne jetzt in die Richtung. Ach, die Scheiße. Ach, die Scheiße. Ach, die Scheiße. Bin ich jetzt gelandet? Nein. Jetzt brauchen wir die, die stürzen gar nicht hier. Mit deinem verkackten Halbkettenfahrzeug. Oh. Die wollen das gespielt, ne? Oh, falsch. Ich bin schon wieder unzingelt, gell. Das ist jetzt die Welt zurück zu dem Wald schon. Sie wurden über die Bahnen. Ja. So, dann können wir mal in den Ölfeuer rein. Ja, Mist. Ach, die Scheiße. Da ist eine Pfanne. Die hat sie doch wohl nicht alle, oder was? Seht denn hier? Gibt es etwas Besseres? Was? Nö. Geht wieder gut. Äh, jetzt bin ich dran in die Bucht. Oh, kacke. Das ist die Pfanne. 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 Na. Wenn ich da bin. Ich bin weg. Das ist die Pfanne. Das ist die Pfanne. Das ist die Pfanne. Das ist die Pfanne. Und ich bin durchgekommen. Die Jungs von Oma Havitsch sind auf dem Weg. Vom Kanal aus kriegen wir auch Unterstützung aus der Luft. Wann genau? Wie lang? Bremen? In circa fünf Minuten, Sir. Da kann ich hier am besten hin, weil die sind am Arschweg schließen. Aber das gefällt mir am besten noch hier. Jetzt muss ich weiß, dass es vorbei ist. Freude dabei. Ach, die auch. Hörnigöschen. Hörnigöschen. Ich bin schwer und schüttelbar, wenn ich mal von denen trainiert. Da fällt der hier. Wo will ich hin? Ich bin doch hier. Danke. Boah, scheiße. Ich bin gleich. Ich bin gleich gefischt. Oh, scheiße. Ich bin echt gefördert. Oh, scheiße. Bei mir Claire hier. Ich habe einOSSW und auchTisch questa wo es so ist. Ich muss noch nicht auf Vernienbuch und Sie schütteln auch Entscheidungen. Und das war nicht so. Oh, das passt nun ja. Aber das ist nicht so, wie man eineotypesacheshirt hat. Ich bin hier noch da, ich glaube ich nicht. Ah! Endlich! Ach du Scheiße! Sind wir endlich? Osten! 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 Scheiße, Mann, da ist ein Panzer, Leute! Was höre ich mit dem Panzer? Äh! Nicht durch! Legen Sie Sperrfeuer und lassen Sie dich zur Linie Charlie zurückfallen! Los! 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 Nicht zurück! Wo ist die Linie Charlie in dieser Achterbrief? Achterbrief! 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 Zurück zur nächsten Linie! Bewegung! Andermann zu Charlies zurückfallen! Achterbrief zum Teil Charlie. Also Charlie. Da könnte ich hier doch nicht mal sowas vor. Das ist gar nicht ordentlich. Also den Bunkertunnel da hinten im Auge! Lass bloß keine Deutschen da durch! Ach, das ist doch hier! Kim's hier! Ich hab's doch vergessen hier! Oh! 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 Nein! Scheiße, Munitionsstenter hier! Noch einmal... Hold the line. Wenn ich auf der Felder hätte, würde ich eine Freundlinie aufstellen. Oh, was war denn das hier? Was ist hier noch? Wir spielen beide. Hallo, Freunde? Ja, aber bitte. Oh! Man, ich dachte schon, ich hätte sich beinahe erschossen. Der ist eh nur die Träbe. Okay, doch mal beiseite. Du ein Idiot hier. Oh. Lütt. Ach, die Hand ist jetzt hier. Oh, hier sind unsere Flieder. Weißt du mit, Fenster hat? Ja, weg. Doch, die Flieder. Doch. Ja, der hat sie gemacht. Ach, jetzt gehen wir hier runter. Oh, oh. 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 Ja. Heute der H��ischen soll auch. Nicht gleich, wo ich gerade bin. Schnell, den Kuss geben! Ich muss nachschlagen! Ah, da bin ich, wo ist mein Chef, wo ist mein Boss. Ja, genau, das packt aus. Oh, da vorne war es noch ein bisschen schwerer, muss ich sagen. Viel hin und her. Wo ist mein Boss? Schafft die Amphibienpanzer die Straße rauf. Stellen Sie Wachen an der Kreuzung auf. Signal-Anhaube, wer hat nur eine Signal-Anhaube? Frau Flüssi hat jetzt gerade einen von unseren Leuten gefahren. Weiß Gott, nee, ich weiß nicht. Schauen wir mal. Schauen wir mal an, die Flüssig-Anhaube sind. Schauen wir mal an, die Flüssig-Anhaube sind. So Leute, damit verabschiede ich mich erst mal und sag mal tschüss und weg. Schauen wir mal an, LP.